Ja, meine Lieben, herzlich willkommen ins 7-Test und herzlich willkommen bei Abonacho. So, und jetzt bin ich hier gerade dabei. Oh, das wird doch besser als gedacht. Glaube ich. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Denke ich. Aber das heißt ja nichts. So. Jetzt können wir die dort unten, ich glaube. Nee, ernsthaft? Quark. So. Das ist jetzt ein bisschen doof. Nein, der muss ja bleiben. Ich muss ja auch irgendwie rein und raus gucken. Das heißt, eventuell... Das ist schon wieder eine Idee. Eventuell... Eventuell... Davon erstmal drei Stück. Eins, zwei, drei. Mache ich die auch hier vorne? Nein, würde ich sagen. Nee, das mache ich anders. Was? So. Obwohl doch... Eventuell dann doch. Ähm... Ja, ein bisschen schwierig. Es sei denn... Doch, es ist hier... Tatsächlich sogar sinnvoll. Glaube ich. Vielleicht. Da habe ich auch direkt drauf gestellt. Na, dann lassen wir das hier mal so. Hm. Nee, mache ich nicht. Aber morgen weiß ich dann mal, bist du oder nicht. Nee, hier mache ich so. Okay. Und... ...den... ...kommt... ...hier... ...ähm... ...zwei Mal. Kann ich nicht. Ich kann ja gar nicht hier drauf bauen. Oh, verdammt. Habe ich nämlich schon wieder total vergessen. Und das heißt... ...ich habe jetzt ein Problem. Ich werde nämlich wahrscheinlich... ...no... ...relativ unbeschadet. Aber nicht wirklich gut. Das hätte ich ganz gern anders gelöst. Ja. Ach, verdammt. Es ist immer eine Mini-Blutung, wenn ich darüber gehe. Das ist so nicht gedacht. Absolut nicht. Ich weiß, wie ich das lösen könnte. Und das mache ich auch. Erstmal gucken, ob ich das hier auch genug Material habe. Dann weiß ich, wie ich das gelöst kriege. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Irgendwie Zeugs. Und ich habe irgendwie Zeugs. Das ist schön. Boah. Echt doch nicht so. Also. Habe ich gesagt, ähm... Ich brauche... Ich glaube, das reicht nicht. Deswegen habe ich sie noch nicht abgerissen. Geh halt. Mach so. Ähm... Die wohl nicht. Mechanical-Parts? Glaube ich auch nicht. Komm. Sind wir alle drei mit? Die werde ich gar nicht brauchen. Die Elektronik-Parts. Das... Jetzt bin ich gespannt. Ich bin... Ähm... Wir schreien... Wir schreien, du Tor. Ha, 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 ha. Schraubenfedern. Sechs Stück. Und Mechanical-Parts 12. Okay, kann ich alles andere wieder reintun? Mechanical-Parts 12. Ähm, ähm, ähm. So. Ähm... Ja. Ähm... Ähm... Zwölf. Und Schraubenfedern muss ich mir sechs Stück herstellen. Das konnte ich... Womit? Federn, Schraubenfedern. Mit Kohle und Stahl. Wohin? Wohin? Kohle. Kriege ich das hin? Habe ich noch 24 Kohle? Ich glaube, die brauche ich noch. Und die Elektrik... Und du bist so ein schlaues Kerlchen. So ein schlaues Kerlchen bist du. So ein schlaues Kerlchen. Ah. Ähm. Habe ich. So. Sechs, ähm... Drei, drei, vier, fünf, sechs. Und irgendwie... Ich habe die zwei übersprungen. Also zumindest da drin. Ist das, was ich jetzt mache? Das muss ich jetzt ja eh wecken. So. Ich muss eh noch mal trinken. Jetzt will ich endlich mal diese dämlichen Gläser aus der Tasche rauskriegen. Also esse ich jetzt was, dann trinke ich was, dann springe ich ins Wasser. Nein, ich gehe ins Wasser. Mache mir ein wenig Wasser ins Wasser. Glas. Oh Gott. Tup, tup, tup. Bis dahin sind dann oben auch die Federn fertig. Ist da oben wahrscheinlich auch. Und, äh... Und, äh... Die, ich gehe. Trink mal was und, äh... Trink einfach noch was. Wir haben's doch. Und das kann drin. So. Habe ich jetzt zwölf. Und ich brauche... Zwölf. Mache noch eine Tür. Habe ich Wasser, Gläser. Und mache ich jetzt voll. Juhu. Oh shit. Es ist schön, wenn man's in dem Moment merkt, wo man's getan hat. Und dann eigentlich nur noch darauf wartet, dass es wehtut. Ist das sehr. So. Bitte schön. Ein. Ein, ich bitte. Okay. Warum habe ich jetzt die Tür zu gemacht? Okay. Ein Türchen bitte. Also. Du, Tor. Du, Tor. Ähm, ist... Dort. Fertig. Dann tue ich mir jetzt gleich noch einmal weh. Das ist aber nicht so schlimm. 202. Hey. Kriegt man mittlerweile in der Wellness über 200? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Weil das steigt ja immer nur so weit, wie die Wellness ist. Nicht wahr? Was steht denn bei mir überhaupt Lustiges? Also, ich habe... Ich habe... Hm? Aha. Warum auch immer. Nahrung, Wasser fühlt sich an wie... Zombie-Kilz, 2500 Spieler-Kilz, 0-0, 1... 468 Kilometer bin ich schon gelaufen. Alter Schwede. Rund 25.000 Gegenstände habe ich gefertigt. Ja. 138 Stunden war mein längstes Überleben. Das ist doch mal so schlecht nicht. So. Das Türchen ist fertig. Wie schön. Nachher, wenn ich Müssenlehrer bin, dann können wir ja wieder hier oben Zeugs machen. Aber so lange... Achso, brauche ich jetzt ja gar nicht. Ich habe ja genug. So. Einmal hier runter, einmal hier runter und läuft. So. Wow. Also 14.29 Uhr ist es. Beinahe dunkel. So. Ich muss jetzt, äh... Die hier wegnehmen. Das ist ja Thema Nummer 1. Nochmal weg. Eieieiei, das dauert ja. Länger als gedacht, auf jeden Fall. Und nochmal. So, dann... ...wird ich da hinten die Treppen... ...komme ich dran. Super. Die 3 werde ich schon mal wegnehmen müssen. Die andere muss ich dann auch wegnehmen. Mein Aubiton treppt mir hin, fertig. Stört ja niemanden. Aber das lasse ich dann auch betrunken. Also da mache ich, äh... ...kein Stahl hin. So. Okay, jetzt, ähm... ...das Ganze nochmal hiermit. Das aber auch, warum muss ich... ...oder kann ich diese dämlichen Stufen da nicht mehr dran setzen? Aber, ähm... ...so. Und jetzt wird es nämlich... Ich muss die ja zur anderen Seite öffnen. Das heißt... ...ne. Das heißt, dass ich das jetzt anders so mache. Ansonsten kriege ich nämlich Probleme. Also, zweimal Stacheldraht. Und zwar... ...hier und hier. Und einmal... ...einmal... ...einmal... Wo habe ich sie denn? Ist nicht mehr da. Ist ja unschön. Doch, da ist sie doch. Und einmal eine Holzklappe. So, weil dann kann ich das Ton... ...nimm ich nur noch in eine Richtung setzen. So. Genau. Und das machen wir jetzt mal so. Ne, die dürfen sie mir eigentlich auch wegprügeln, wenn sie denn wollen. Das ist mir dann egal. Sprich, ich mache die Arme so auf... ...und wenn sie mir die wegprügeln... ...finde ich super. Dann brauche ich am nächsten Tag... ...nur wieder eine Klappe hinsetzen und gut ist. Ähm. Ja. So, und warum funktioniert das jetzt? Weil es jetzt nach innen aufgeht. Das ist so bescheuert. So, dann kann ich nämlich hier ohne Gefahr rüber. ...bin ich super. Perfekt. Und, äh... ...weil es dann auch nett ist... ...und ich bin ja gerne nett... ...machen wir da... ...au noch zwei Stacheldraht hin. Dort ein und dort ein. Könnte ich hier rüber laufen. Den dürfen sie auch gerne dann so rüber laufen. Aber... ...ja, ich könnte auch eigentlich direkt so vorspringen. Juhu. Das geht ja auch. Aber möchte ich an sich... ...an sich nicht. Nein, wir lassen das so. Dann haben sie halt einen Weg, wo sie schnell entgegentrampeln können. Aber wenn ich mich rechts und links davon befinde... ...werden sie das ja wohl wahrscheinlich eher nicht tun. So. Eins, zwei, drei... ...vier, fünf, sechs, sieben... ...acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ähm, da. Mach halt. Wo ist dort? Na, gib halt. Dankeschön. Das ist unmöglich. Eigentlich müsste ich da auch noch Beton hinter machen. Wie viel habe ich denn noch? Genug. Schön. Das ist natürlich ein bisschen... ...ne brauche ich gar nicht, wenn ich da Betonstufen vormache. Naja, doch. Es sieht besser aus. Von innen, von außen ist mir völlig wurscht. Halt so irgendwie. Das muss ja auch irgendwo einen Sinn und Zweck erfüllen. Aber ich glaube, ich brauche noch Stahl, ne? Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Also ich muss ja... ...die muss ich auf jeden Fall wieder in Stahl machen. Na? Können wir mal gucken. Also. Ja, die hier eigentlich. Aber hier, weil da stehen sie ja oben auf den Dingens. Wie war? Wenn ich jetzt mal hier so gucke. Klar, da gehen sie ja hoch. Das hätte ich eigentlich auch in Stahl haben müssen. Schub. Schub. So. Ah, okay. Dann machen wir die nachträglich nochmal in Stahl. Aber jetzt erstmal hier vorn. Ja, und die natürlich auch. Und halt hier rum. Oh. Wie wär's denn erstmal mit Beton? Das kommt ja vor dem Stahl. In den meisten Fällen. So. Naja. Na, der Stahl, der geht schon drauf. Also hier unten war ich als letztes. Okay. Na, sagst du Bescheid, wenn du tot bist? Geht schwer, ne? Ist ja nicht so... Das ist ja, als wäre es nicht nur eine. So, das wird dann... Also hier werden wir definitiv von den Zombies angegriffen. Das Zubi steht schon mal fest. Ja, und wenn diese Tür halt bricht, dann geht's zur nächsten. Das heißt, die Tür ist geschlossen, die Tür ist auf. Und wenn ich merke, hier kommen die Zombies durch, dann springte ich hier rein, mache hier die Tür zu und dann geht's halt von hier aus weiter. Bis diese Tür eben aufbricht und dann kommt als absoluter Notfall, geht's eben über die Dinge drüber, nach hinten. Und da können sie machen, was sie wollen, da kommen sie dann nicht durch. Und wenn doch, dann würde ich mich wundern. Ja, so ein bisschen. Das wird dann wirklich lustig, wenn wir diese Brotkrugengedöns haben, was die ja schon angesagt haben. Weil, äh... Also insofern lustig. Das wird aber schwierig. Ich kann ja da keinen... Keinen Stahl... Da brauche ich aber auch keinen Stahl, reicht der Beton. Ja. Ja, so ist das. Das ist ein ewiges Hin und Her zwischen wegkloppen und hinsetzen. Aber dann auch den da. So. Okay. Äh, den da. Oh, dann ist da nochmal so ein Erdball zwischen. Das ist okay. Okay. So. Träppchen. Ach, komm, machen wir erst zu Ende. Und dann holen wir uns die Träppchen. Ist ja hier nicht mal so viel. So. Geht doch. Warum wird es denn schon wieder dunkel? Das finde ich unschön. So. Jetzt kommen da die Träppchen hin. Die Träppchen hin. Danke. Und schon läuft's. Fertig. Okay. Ähm, da. Ähm, da. Okay. Ähm. Machen wir auch hier schon mal die Ecken, dass ich das weiß. Weil da muss ich ja dann von außen nach unten durchziehen. Okay. Da brauche ich theoretisch gar nicht. Könnte ich dann später machen. Ja, wenn ich dann unbedingt möchte. Aber ringsherum muss ich halt noch. Ähm. Da habe ich gesagt. Unten komme ich gar nicht dran. Doch komme ich. Wieso? Hier Bräuern. Das gefällt mir nicht. Naja, ich könnte hier doch was anderes machen. Ist dann halt keine Treppe. Aber. Sieht besser aus. Und insofern nicht schlimm. Weil da glitschen sie mir halt rüber. Ja. Naja, sie laufen ja eigentlich. Ja, doch. Ich denke, das mache ich komplett in Stahl. Das sieht da oben doch recht merkwürdig aus. Wo die Lichter sind. Aber halt erst dann, wenn ich genug Stahl habe. Ich mache jetzt hier erstmal die Absicherung, die sein muss. Und dann sehen wir mal weiter. Klar. Aber das wird doch ein bisschen eng, was die Zeit betrifft, glaube ich. Doch, schon. So, und ich denke, ich werde auch hier vor den Treppen noch ein paar Spikes setzen. Halt diese normalen Spikes. So. Das könnte ich hier eigentlich. Ja, natürlich. Das könnte ich doch sogar in Pischig machen. Glaube ich. Eventuell vielleicht. Wo haben wir denn Beton? Ja, hier. Das könnte richtig sein. Ja. Das ist doch, geht. Sieht auf jeden Fall hübscher aus, als wenn die Treppe hier so rüberkommt. Super. Also hier werde ich definitiv auch noch so drei Spikes verlegen. Bis auf wieder hier. Da halt nicht. Ich muss ja irgendwo durchgehen können. So, und dann machen wir ein oder zwei rein. Das ist natürlich die Solle jetzt blöd, ne? So, dass die halt schon mal so ein bisschen angefressen werden. Dann würde man ja auch, ähm... Wir machen erstmal eine Reihe. Zumal ich muss ja auch bedenken... Oh, Schild. Das ist mir schon nicht geblendet. Ähm, ich muss ja auch bedenken... Was würde ich jetzt tatsächlich eigentlich tun und was nicht? Also wenn ich die Möglichkeit hätte... So. Okay. Nein, ich denke... Ich denke, eine reicht. Why not? Was hast denn du dagegen? Geht doch. Genau, wir machen so eine Reihe Spikes davor. Ähm, bis hier. Damit ich hier auch durchlaufen kann. Das ist halt jetzt, äh... Ist ja wichtig. Äh, so ein Spike direkt an der Säule gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Oh. Das, äh... Wollte mir auch nicht so wirklich gefallen. Ähm, Stahl. Ich brauche Stahl. Erstmal hierfür. Ich brauche das wirklich sehr deutlich und schön. Aus der Richtung sind sie ja an sich immer gekommen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal auch aus der Richtung... Save. Bevor ich dann, äh, die andere in Richtung mache. Weil ich denke, das ist ganz gut. So, jetzt machen wir diese eine Ingang-Stunde noch. Weil, ähm... Ach, ne. Ernsthaft? Hm. Und ich kann momentan gar nicht so viel Stahl machen. Ach, da ist doch noch eine Menge. Ich brauche nur noch ein bisschen Öl-Schiefer. Das kriegen wir ja hin. Brennt nicht so lange wie Holz, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber... Da kriege ich momentan 10.000 Stück raus. Und wenn ich bedenke, ähm... Wie wenig ich brauche... So ein wenig Sprit und so. Dann würde ich mal sagen... Wurscht. So. Gib mal her. Macht zu. Ich muss gleich sowieso schon wieder los. Und das ist, äh... Und schön. Also jetzt, äh... Eisen holen halt, ne. Weil... Schon wieder spät. Ja, es wird doch enger... enger als gedacht. Habe ich nichts gemacht. Und ihr habt nichts gesehen. Wie schön. Ähm... Du... Und... Äh... 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 Ja doch, ist doch richtig. Und... Hier... Und hier... Ich kann ja einfach nochmal... Aber da muss ich, äh... Den Rest Eisen dann drin lassen. Ich brauche auch noch was für mich. So ein bisschen. Okay. Dann backe ich jetzt hier meine Sachen schon mal rein. Und, äh... Und, äh... Mach weg. Ja, ich würde sagen, dann reicht erst mal. Das werde ich gleich sowieso noch abbauen. Und machen wir so. Oh. Und so. Und das meinetwegen auch. Jo. Und die brauchen wir ja auch nicht. Okay. Meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Und, ähm... Dann stören wir uns... In der nächsten Träume. Also. Bis dahin. Bye-bye.